herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten modul und wir starten jetzt auch direkt rein jetzt hier in diesem modul wird es darum gehen was eigentlich nach 2008 nach 2009 passiert ist er versucht den ganzen kurs möglichst chronologisch zu strukturieren also auch zeitlich und wir haben ja eben angefangen beim internet bei 1969 und sind jetzt eben bei 2008 2009 wir haben uns ja angeschaut okay was ist schon alles passiert wie sieht das white paper aus und jetzt steigen wir genau da ein und schauen was eigentlich nach 2008 nach 2009 bis heute passiert und wo stehen wir heute also wir starten direkt rein und ich hatte schon vor einmal kurz angeschnitten der erste blog der jemals gemeint wurde hieß der genesis blog und das war auch sage ich mal das erwachen von bitcoin und dieser erste blog der genesis blog wurde am dritten ersten 2009 gemeint und natürlich hat man dafür 50 bitcoins bekommen so hoch war damals dieser reward und damals konnte man es aber auch schon mit einer cpu machen also dieser blog wurde von satoshi nakamoto selber gemeint und in diesem ersten blog stand etwas ganz besonderes drin und zwar ein kleiner anhaltspunkt warum auch bitcoin geschaffen wurde und zwar die times das ist eine englische zeitschrift und die hatte eben zu dem zeitpunkt die es am selben tag eben rausgekommen hatte eben den titel chancellor bring of second bailout for banks also da ging es darum dass es wieder mal ein hilfspaket gab wo eben banken gerettet wurden genau das wollte er eben betonen und genau dafür wurde auch bitcoin geschaffen dass eben solche geldausweitungen solche markteingriffe einfach von staaten oder von zentralbanken nicht mehr so einfach passieren können natürlich ist eine riesen vision aber genau auf das wollte eben am ende hinweisen hat genau das eben im genesis blog mit dezimaler schrift eben genau eingefügt und verwiesen die haben wir das ganze noch mal in größer und sieht es erstmal sehr unübersichtlich aus aber hier unten rechts sehen wir so ein bisschen januar 2009 und dann eben hier die überschrift und genau darauf hat er eben verwiesen also man kann eben in blöcke auch ein kürzel hinterlassen oder eine nachricht hinterlassen dass das eben möglich und hier hat er eben genau diese überschrift von dieser zeitschrift an demselben tag eben hinterlassen sehr cool dass irgendwie alles so zusammengepasst hat und es wird später noch verblüffender wenn wir noch weitere dinge anschauen werden so wir wissen ja dass alle zehn minuten ein weiterer blog gemeint wird aber wann kam jetzt der zweite blog kam der dann direkt nach zehn minuten weil am anfang gab es ja nur satoshi nakamoto der gemeint hat also diese anonyme identität man weiß ja immer noch nicht ob seine gruppe war oder ob seine einzelne person war und der zweite blog kam ehrlich gesagt am 9 1 2009 raus das kann man natürlich auch alles im mempool zum beispiel anschauen hatte ich euch auch schon gezeigt die webseite könnt ihr gerne mal selber zurückscrollen und dann selber nachschauen also der zweite blog wurde erst einige tage später gemeint und das ist ein bisschen komisch aber es war halt damals so dass man sagt okay ich bin alleine da bringt so nichts alle zehn minuten zu meinen beziehungsweise den blog zu veröffentlichen damals war es halt noch über tage und dann später als die ersten leute auch dazu gestoßen sind kam halt eben diese regelmäßigkeit rein diese zehn minuten und die dann auch festgesetzt wurde so zu dem zeitpunkt war der code noch nicht veröffentlicht also zumindest man hatte das white paper aber der code der komplette code war noch nicht veröffentlicht aber dieser code wurde dann auch 2009 komplett veröffentlicht also jeder konnte den zu 100 prozent einsehen man konnte fehler erkennen man konnte daran arbeiten man konnte ihn benutzen also war komplett open source also das ist genau das was open source bedeutet dass etwas komplett offen ist komplett einsehbar ist ein ein code wie eben ein bestimmtes programm programmiert und erschaffen wurde und wir hatten ja auch schon damals über hell finny geredet und er war der erste der über die plattform bitcoin talk mit satoshi nakamoto kontakt hatte beziehungsweise er hatte den regelmäßigen kontakt zu ihm und er hat dann gesagt okay ich möchte dir gerne helfen dieses projekt ist super cool und wir können zusammen an bitcoin arbeiten wir können verbessern und fehler suchen und ja dinge einfach optimieren und somit kam es dann auch dass herr finny die erste person war die jemals eine bitcoin transaktion erhalten hat und zwar am 12 1 2009 in block 170 habe ich eben nachgeschaut da habe ich eben genau diese transaktion gefunden gehabt und sie ging über zehn bitcoins allerdings damals war ein bitcoin noch null dollar wert auch zehn bitcoins waren null dollar wert deswegen war das einfach nur ein test aber alles hat eben funktioniert und somit ging dann die ganze geschichte erst wirklich los und so kam es dann knapp ein jahr später am 22 mai 2010 dass wir dann dort den bitcoin pizza day feiern und warum wir den feiern ist weil an diesem tag die erste bitcoin transaktion gemacht wurde und man im gegenzug eine leistung bekommen bzw ein gut bekommen hat und die erste person die diese transaktion gemacht hat war laszlo und er hat damals 2010 für 10.000 bitcoin zwei pizzen bekommen und wenn man das heute umrechnet werden es viele viele millionen dollar auf jeden fall aber damals war ja bitcoins noch nichts wert und deshalb war halt ja bitcoin auch noch nicht so gefragt und aus diesem grund ja war es eigentlich legitim und war er so just for fun das ganze heute tritt laszlo in vielen talkshows auf und muss sich rechtfertigen warum er das gemacht hat aber ich meine er ist dadurch relativ bekannt geworden und dadurch können wir auch den bitcoin pizza day feiern und keiner wusste dass am anfang bitcoin so groß werden würde und so wichtig werden würde dann kam es auch 2010 kurz darauf zur ersten listung von bitcoin also bis zu dem zeitpunkt gab es noch keinen festen preis für bitcoin und man wusste auch nicht ob er jetzt wert hat oder nicht und sobald er eben gelistet wurde die erste exchange so heißen diese plattform dieser handelsplattform wo man eben dann bitcoin erwerben kann wenn man selber jetzt persönlich nicht meinen möchte sondern einfach nur kaufen möchte dann kauft man eben bei so einer exchange und die erste war eben bitcoin market und da war ungefähr der bitcoin preis damals 2010 umgerechnet 8 dollar cent wichtig in diesem kurs geht es auch nicht um preise die diese ausbildung soll nur dazu dienen dass man bitcoin versteht und nicht irgendwie auf den preis spekuliert das ist sehr wichtig aber nun mal hat der preis viel mit der sicherheit von bitcoin zu tun aus dem grund kann es sein dass ich immer wieder mal den preis erwähnen werde und der erste preis der halt gelistet wurde war um die 8 dollar cent damals und zur selben zeit ungefähr hat auch satoshi nakamoto das block size limit von 1 megabyte eingeführt also davor war es möglich blöcke mit transaktionen allem was dazu gehört größer als 1 megabyte zu machen und ab 2010 hat er eben dieses block size limit eingeführt dass man alle transaktionen den header und alles was im block eben sich befindet maximal ein megabyte groß sein kann und das wird später eben noch sehr 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 wichtig danach gab es mount gox im juli 2010 da wurde eben eigentlich einer der größten plattformen zu der zeit gegründet die auch einen riesen shitstorm bekommen hat weil 744 bitcoins gestohlen wurden im februar 2014 und man nie richtig wusste okay ja wo sind die hingeflossen wo was eigentlich wirklich passiert warum waren die bitcoins nicht sicher und deswegen gibt es auch später in diesem kurs in dieser ausbildung darum wie man eben genau solchen plattformen nicht vertrauen sollte oder nicht vertrauen muss sondern wie man seine schlüsse sein private key und sein public key selber aufbewahren kann und daneben so immer nur selber zugriff auf seine coins hat aber damals war das halt noch nicht so verbreitet und deshalb war es eben möglich so hohe summen von bitcoin zu stehlen und ihr müsst verstehen all diese dinge die wir jetzt gleich noch durch besprechen werden oder zumindest vor allem der fall von mount gox die haben halt wirklich ein schlechtes licht auf bitcoin geworfen oder beziehungsweise haben viele behörden aufmerksam werden lassen auf bitcoin und natürlich auch auf satoshi nakamoto und das wurde auch wirklich immer gefährlicher für ihn und zu mount gox gibt es auch wirklich eine super doku die kann ich nur empfehlen sie befindet sich auf youtube und dann kam 2011 im februar 2011 silk road und viele von euch kennen vielleicht diese plattform das war eine internet plattform im darknet und dort konnte man halt gegenüber bezahlung von bitcoin pseudonymen eben bestimmte produkte erwerben die jetzt vielleicht nicht ganz so legal waren und das war natürlich ein riesen dorn im auge weil die wirklich die größte plattform waren und wirklich viel umsatz gemacht haben und der gründer von dieser plattform hat sich selber dread pirate robots genannt und diese person ist eben aus einer fabel geschichte und es kam sogar so weit dass auftragsmorde stattfanden oder beziehungsweise beauftragt wurden aber zum glück kam es am ende doch so weit dass das fbi 2013 oktober 26.000 bitcoins beschlagnahmt hat und natürlich alles offen gelegt wurde und sie am ende auch den täter gefasst haben der ross ulbricht hieß und 29 jahre alt war und entfernt es nicht so aus als wäre einer der genau so was machen könnte aber er war dazu entstanden und er wurde zum glück gefasst aber genau diese situation haben natürlich noch ein schlechteres licht auf bitcoin geworfen und so kam es dass im april 2011 die letzte nachricht von satoshi nakamoto gemacht wurde und es war bis zu dem zeitpunkt so dass er ungefähr eine million btc angehäuft hatte weil er am anfang einer der ersten meiner war um halt das netzwerk am leben zu erhalten aber 2011 war bitcoin an einem punkt wo er das nicht mehr machen musste er musste nicht mehr meinen er musste nicht mehr das netzwerk am leben halten es hat sich schon so weit ausgebreitet dass sich selber am leben erhalten kann und er hat aber bis zu diesem zeitpunkt weil er eben einer der ersten war beziehungsweise er war der erste hatte eine million bitcoins angehäuft gehabt und das kann man konnte man natürlich auf seine wallet erkennen weil man sowas ja einsehen kann allerdings wurden sie bis zum heutigen zeitpunkt bis 2023 niemals auch nur ansatzweise angerührt und es wäre auch sehr sehr gefährlich für ihn wenn er diese jemals anrühren würde und ich denke auch ehrlich gesagt er hat die schlüssel die zugangsdaten gar nicht mehr von diesen coins und dann hat er seine letzte nachricht verfasst an den entwickler gaven und dort hat er einfach gesagt okay das netzwerk ist groß genug ihr braucht mich nicht mehr ich werde von der bildfläche verschwinden weil die geheimdienste und viele leute ihm eben auf der spur waren wegen solchen geschichten wie mount gox und silk road und wie sie nicht alle heißen und aus diesem grund weil es ihm zu gefährlich wurde ist er verschwunden und vielleicht hat es noch andere gründe gehabt weil er wollte dass er kein oberhaupt wird er wollte nicht eine firma sein er wollte nicht der leiter dieses projekt sein sondern er wollte dass am ende bitcoin jedem gehört dass jeder sich anschließen kann und dass es keinen kopf der schlange gibt sondern dass wir alle gleichberechtigt sind und deswegen war es halt eine logische schlussfolgerung dass er sagt okay ich ziehe mich aus diesem projekt zurück beziehungsweise ziehe ich mich allgemein zurück man weiß nicht wer ich bin jetzt ist das projekt in den händen der menschen selber jetzt stellt sich halt einfach nur die frage okay wir haben jetzt ein dezentrales netzwerk wissen ja ungefähr wie bitcoin funktioniert aber was ist wenn wir doch mal fehler finden sollten was ist wenn es doch mal umstrukturierung geben muss weil sich die welt so verändert hat und wir müssen darauf reagieren also was passiert wenn genau sowas eintritt und das schauen wir jetzt eben im nächsten video an dass wenn etwas schiefgehen sollte mit bitcoin das bitcoin dann nicht am ende ist oder sich irgendwas verändern sollte in der welt sondern dass man bitcoin weiterentwickeln kann und sich genau zu dem anpassen kann was wir gerade brauchen und das schauen wir jetzt im nächsten video an also bis gleich